hallo youtube und herzlich willkommen hier ist iowa zur nächsten folge star wars battlefront überleben auf der karte ist alles kopp kampagne mit dabei habe ich den simon schwierigkeitsstufe schwer ja so ja dann übernehme ich jetzt mal und sage mal dass wir jetzt schon in der zweiten folge damit in der zweiten kampagne ist es eine andere map ist alles wie gesagt und sind wir mal gespannt wie es jetzt hier läuft kennen wir noch nicht den planeten wir sind in der ersten folge relativ oft gestorben das hoffen wir jetzt mal dass es jetzt nicht passiert und denken mal das ist jetzt ich denke mal ganz interessant wird das jetzt zu sehen und ja wir lassen uns einfach überraschen sind es hier schon im ladebildschirm und jetzt steckt es ab wir jetzt nicht gut wenn das jetzt abschmiert mal sehen wir schon da waren das erste aber ich dann am 1. dezember kommt das erste update schon oder also für vorbestellte die schlacht von jakku heißt sie glaube ich ne ja die vorbesteller können die denn wir schon sind ich glaube zwei wochen früher spielen ein paar stellen zerstörer die karten die der planet ist ein raumhafen können wir sein statt dann ist es hier ja ein paar hundert Hülle war ja so gut ich weiß nicht aber ich weiß nicht der Kampel Neuer ich will die Elbe 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 Ja, sieht man. Von links kommen Gegner. Okay, gefällt mir gar nicht. Was gefällt dir nicht? Die Third Purse. Ja. Wenn ich sterbe, muss ich das umändern. Ich habe keinen Ion-Torpedo genommen. Wir empfangen feindliche Signale. Die Imperialen Schocktruppen haben schwere Blaster. Der Feind ist gleich in Reichweite. Die Throne. Die Throne. Die Throne. Die Throne. noch hier oben ist über mir du gehst ja ich gehe ich geschützt obwohl ja dann gehe ich eben die oben bei dir gespawnt bei mir sind auch ein paar das genau den genommen den ich auch genommen habe aber das superium schickt bereits neue truppen bereithalten so holst du den nehmen der ist auch genug bis vor annäherungsbombe der einheit nähert sich halten sie die augen nach einem imperialen zog droiden offen hinter dir ist irgendwas feindliche einheiten besiegt vor uns servus hallo na hallo hier ist das war super ist das für ein Leiden? Nö, der sinnvoll ist mit meinem Account So, brauchen wir es ja nicht Der ist doch drinnen Der hat doch meinen Account Ja klar Kannst bloß im Brot Hallo Und? Was machst du? Weil ich will spielen Ich bin jetzt 4VD drinnen Das Und hier ist es Gut Ach mit Boogie Man HD und so Ja Wir haben eine Versorgungskapsel für sich abgesetzt Und was machen die so schönes? Ich weiß nicht, wir wollen jetzt zur neuen Saison ein Team aufmachen Wir empfangen das Signal einer weiteren Rettungskapsel Sicher das Gewicht und die Kapsel Ja Ab ins Geschütz Die haben wir jetzt zwei Gegner besiegen Ich hab einfach nur mein Jetpack benutzt Schade Wo ist denn der? Da rechts von der ATA ATSD Ja Ja Mal Wir haben alles Altar Blöde Scheisse Teilfall Das wollte mich nennen und vollen Ja was dort ein halbiert wir haben aber auch die Kapsel eingenommen diese scheißschweren leute jetzt ein jo so das heißt das Teil die das ist der Festdienst Jetzt kommt der So, was kommt raus? Alter, der geht immer auf mich los Ich gehe hoch, okay Oh, die kommt von Ohrmeile Sympro, weißt du wer ich bin? Äh Muss ich dich kennen? Ja, den kennst du Nee Alter, wie hat der mich noch gefunden? Juuu, ich kling auch noch mal Kann ich mich auch über mein Gott 360-Account kennen Sag mal Ach so, ja Ja Wo hänge ich denn jetzt hier fest? Kommen wir schon nicht für die Kliniken getötet worden Wurich im Flug war Hat der mich bekommen Drei Ja, Gegner Einer läuft draußen Zwei Ohr Ah, bei mir hier Wester und Ohr Ja, die Allianz mit Stolz Welle 7 von 15 Äh, das dauert zu lange Bisschen mehr Motivation, bitte Nee, hier gibt's keine Motivation Wir haben immer so ein ATS, die da losgeht Ihre nächste Welle ist eingetroffen Die kommt von vorne Ja Hast ihn, schön Jetzt kommt die Lassen wir erst mal wieder Auf einen losgehen Ah, ist vor mir Rettungskapsel geoutet Drücken zu ihr vor und sichern sie Bald gehört die Rettungskapsel der Allianz Bereit machen Vorsicht vor dem schweren LTSD Schwerer Allianz Wo ist der? Da Der ist hinten Oh, Teilhau Da, der mich nicht zu sehen Da, der mich nicht zu sehen Rettungskapsel Wir müssen sie stoppen Oh, bei mir noch Hinter mir So Ich hol die Kapsel Ja, unter mir ist der ATSD Alter Fuck, 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 fuck Ich bin fast down gewesen Ja, geh weg, ich bin nämlich auch fast down ATST ATST ist aber down Bei mir ist irgendwas Du hast ihn grad mir den Sam geklaut Ach, hinten ist nur ein ATST Ach, hinten ist nur ein ATST Um ist entschlossen sie zu vernichten Durchhalten Drei Kalkpa Drei Thu Drei Drei Drei